hallo und willkommen zu einer weiteren runde von auf einen café mit mir ich habe inzwischen mal den spiegelartikel gelesen der sich mit dem gutachten beschäftigt über das ich zuletzt gesprochen hatte kurz bezüglich des kopftuch verbots an den grundschulen also ich lese da mal ein paar zeilen vor weil es eine wirklich interessante frage aufwirft rechtlich sei es vertretbar grundschülerinnen das kopftuch zu verbieten besagt ein neues gutachten juristen sind sich allerdings uneins und experten mahnen dann müssen auch kreuze und kippas verschwinden sollen muslimische mädchen an deutschen grundschulen ein kopftuch tragen dürfen oder nicht und wäre ein verbot überhaupt zulässig nicht nur juristen streiten schon länger über diese frage am donnerstag hat der verfassungsrechtler martin nettesheim im auftrag der frauenrechtsorganisation terre des femmes ein neues gutachten vorgelegt demnach wäre ein verbot rechtlich möglich in der 42 seitigen stellungnahme argumentiert nettesheim für ein verbot an schulen für mädchen unter 14 jahren dieses wäre seiner an sich nach sowohl vereinbar mit der religionsfreiheit als auch dem recht von eltern auf pflege und erziehung ihrer kinder beides ist grundgesetzlich zwar geschützt aber vielmehr zähle artikel 7 des grundgesetzes wonach das gesamte schulwesen unter aufsicht des staates steht so der tübinger jurist ein verbot für kinder in der schule eine religiös konnotierte kopfbedeckung zu tragen ließe sich mit den erziehungs- und bildungszielen rechtfertigen und wäre auch verhältnismäßig schreibt der verfassungsrechtler und vertritt damit eine rechtsmeinung die unter juristen für kontroversen sorgt der wissenschaftliche dienst des bundestags kam in einer ausarbeitung 2017 zu der einschätzung ein kopftuchverbot für schülerinnen ließe sich wohl nicht mit dem staatlichen bildungs- und erziehungsauftrag gemäß artikel 7 absatz 1 gg rechtfertigen da ein kopftuch das das gesicht frei lasse eine schülerin nicht daran hindert am allgemeinen unterrichtsgeschehen teilzunehmen hieß es in der ausarbeitung es schränkt nicht die kommunikationsmöglichkeiten ein und dürfte sich auch sonst nicht störend auswirken im ergebnis bleibe festzuhalten dass ein verbot verfassungsrechtlich wohl nicht zulässig wäre und weiter unten wird noch stellung genommen zu diesem problem das dabei entsteht bezüglich der gleichwertigkeit aller religionen gegen ein verbot spricht sich die antidiskriminierungsstelle des bundes aus es gebe keine notwendigkeit dafür sagte kommissarischer leiter bernhard franke er verwies darauf dass laut nettes heims gutachten alle religiösen symbole an schulen verboten werden müssten sonst gäbe es probleme mit der religionsfreiheit zitat statt nun aber kreuzer kippas und das kopftuch in schulen generell zu verbieten sollten wir aus meiner sicht religiöse vielfalt bewahren und dafür sorgen dass kinder ganz unterschiedlicher religiöser oder weltanschaulicher überzeugungen gleichberechtigt und frei von diskriminierung zusammen lernen können sagte franke dem spiegel islamverbände kritisierten die diskussion als islam bashing und als symboldebatte die religiöse pflicht für das tragen eines kopftuchs bestehe erst ab der religiösen mündigkeit also ab der pubertät es handelt sich um fälle im promille bereich wie viele kinder ein kopftuch tragen ist statistisch tatsächlich nicht erfasst ja es ist ein echtes problem nicht weil sich ja beide seiten auf das grundgesetz beziehen und hier tatsächlich zwei grundgesetz artikel sozusagen zumindest in dieser eine situation im konflikt miteinander stehen ja schwer zu sagen also ich habe dazu wirklich keine vorgefertigte meinung die ich jetzt eifrig vertreten könnte ich weiß nicht wie ihr das so seht ist ein kopftuch verbot etwas dass man überhaupt anstreben sollte weil man das gefühl hat dass hier religiöse dogmen auf kinder projiziert werden und damit kommt man natürlich auch zu der etwas klebrigen frage ob das nicht mehr damit zu tun hat dass man sozusagen das gefühl hat dass einfach der islam hier ein bisschen fehl am platz ist innerhalb dieser kultur das ist also nicht unumstritten auf der anderen seite hat es ja sich in der vergangenheit immer wieder gezeigt dass es normalerweise den sagen wir mal liberal denkenden menschen ein wenig am mut mangelt ich habe hier eine katze gerade deswegen dieses theater hier eine schwarze katze auf der schulter einfach am mut mangelt auch mal eine gewisse stellung gegenüber dem islam zu beziehen und da hat man dann natürlich immer gleich angst vor der rassismus keule die da aus der tasche gezogen wird also ein interessantes problem das sicherlich noch einiges nach sich ziehen wird ich glaube nicht dass das so schnell irgendeine form von umsetzung findet einfach aus dem grund weil das einfach zu zu schwierig bezüglich des grundgesetzes ist also das ist zu zu kantig außer natürlich es wird sich noch weiterhin eine gewisse politisch gesellschaftliche grundstimmung im lande ändern und zwar in richtung rechts dann könnte man ja sich vorstellen dass sowas dann tatsächlich auch im grundgesetz irgendwie aufgebrochen wird aber natürlich darf man nicht vergessen dass terre de femme das hier nicht deswegen angestoßen hat weil sie sich an einer theologischen debatte beteiligen wollen sondern weil sie ja ganz klar darin eine diskriminierung von frauen sehen und von mädchen denn diese idee eines kopftuchs wird als ein imperativ diesen frauen und diesen mädchen häufig aufgezwängt und somit geht es ja nicht so sehr darum ob hier eine religion in ihrer ausübung eingeschränkt wird sondern es geht ja um die tatsache dass alle möglichen religionen einfach aspekte haben die gerade gegenüber frauen oder auch mädchen einfach menschen unwürdig sind und das kann also einfach nicht akzeptiert werden also man kann einfach nicht alles natürlich unter religionsfreiheit verpacken und das ist sozusagen jetzt diese grauzone in der wir uns da befinden natürlich ist das problem und das spielt da auch eine rolle dass es nicht schwer ist wenn man sich nun in dieser eher anekdotenhaften welt aus aus einzelfällen befindet dass es nicht schwer ist genügend erwachsene selbstbewusste muslimische frauen zu finden die sagen die behaupten werden dass sie das kopftuch natürlich oder die verschleierung dass sie das aus freien stücken tragen oder sie das mit stolz tragen und so weiter und so weiter also das ist immer natürlich ein sehr sehr schwieriges thema denn dem gegenüber kann man natürlich immer argumentieren dass die leute letztendlich tief indoktriniert sind und auf eine lebenslang verabreichte ideologie zurückblicken letztendlich reden wir dann von gehirnwäsche wird als argument ja auch genug oft genug hervorgebracht in der letzten folge hier war ja auch die rede von susanne schröter der leiterin des deutschen orient instituts an der johann wolfgang goethe uni in frankfurt und dem ganzen heckmeck der da letztes jahr ausgelöst wurde wegen einer konferenz die zum thema kopftuch abgehalten wurde mit sehr unterschiedlichen panel gästen und einem ziemlichen shitstorm den man da ja versucht hatte oder den man da ihr gegenüber in angriff genommen hatte und ich habe ja hier in der nzz eine zeit neuer züricher zeitung die immer interessant ist für das eine oder andere kontroverse interview habe ich ein interview gefunden mit frau schröter vom 15 juni 2018 also letztes jahr ich wollte noch ein paar passagen vorlesen also die eine frage ist frau schröter welche auswirkungen hat die zuwanderung von flüchtlingen auf die gesellschaftliche position von frauen antwort für frauen hat sich die sicherheit im öffentlichen raum verschlechtert nicht alle aber einige der zugewanderten jungen männer meinen die körperliche unversehrtheit von frauen und mädchen nicht achten zu müssen dieser männer stammen aus patriarchalen kulturen und werden teilweise schon bei geringfügigen konflikten gewalttätig bis hin zu mord die angst im öffentlichen raum hat deshalb zugenommen und das muss man ganz schnell wieder abstellen nächste frage sie sagen für intellektuelle sei es gefährlich über das problematische frauenbild mancher zuwanderer zu sprechen seit ich mich also antwort seit ich mich öffentlich zu dem thema äußere wird mir rassismus vorgeworfen kritik an meinen aussagen kommt dabei nie von fachkollegen sondern aus linken kreisen obwohl ich differenziert argumentiere werden immer wieder halbsätze herausgegriffen mit denen man mich in die nähe der afd rücken will dabei tritt ein unglaublicher hass zutage der mich wirklich erschüttert hat es ist doch nicht normal eine kritische haltung dermaßen zu diskreditieren sie sagen zum beispiel dass manche eingewanderte muslime frauen als minderwertig ansehen vor allem wenn sie sich weiblich kleideten und ein selbstbestimmtes leben führten antwort das trifft zwar nur auf einen kleinen teil der eingewanderten muslime zu aber diese gruppe hält solche frauen für ehrlos und leitet daraus ab ihnen gegenüber gewalttätig werden zu dürfen diese geisteshaltung ist in manchen herkunftsländern von flüchtlingen sogar gesetzlich verankert wie wirken sich die kulturellen unterschiede auf die integrationsfähigkeit aus antwort muslimische gruppen schneiden bei den schulischen leistungen schlechter die integration in den arbeitsmarkt fällt ihnen schwerer dann fragt man sich natürlich woran liegt das teilweise hat das eindeutig mit der religion zu tun ein fundamentalistischer islam kann gezielt genutzt werden um jugendliche gegen unsere gesellschaft aufzubringen dieser identitäre islam ist auch in deutschland verbreitet und das parallel stück zur rechtsradikalen identitären bewegung der identitäre islam ist absolut anti integrativ und grenzt sich bewusst von der gesellschaft ab die mehrheit der muslime in deutschland sind aber keine identitären muslime sondern kultur muslime die ihre religion als privatsache empfinden senden die deutschen falsche signale an muslimische mitbürger antwort wir fördern zwar aber fordern viel zu wenig teilweise unterstützen wir sogar die falschen akteure bei der islam konferenz will man auf bundespolitischer ebene mit muslimen konzepte entwickeln dort sind aber nur die köpfe der ultra konservativen verbände vertreten auf deren druck hat man alle liberal muslimischen kräfte aus der konferenz ausgeschlossen die liberal muslime in meinem umfeld sind entsetzt dass ihnen ständig diese betonköpfe vorgezogen werden das kann man einfach nicht machen und vielleicht noch eine letzte frage hier oder antwort natürlich werden junge männer schneller gewalttätig wenn sie herkommen keine freundin finden und eine schlechte bleibeperspektive haben erhöht das die gewaltneigung aber noch einmal deutlich daraus resultiert ein extremer stressfaktor für die flüchtlinge aber auch für unsere gesellschaft all das betrifft nur einen geringen teil der flüchtlinge allerdings sind es doch so viele dass sie fast ständig für unruhe sorgen so kommt es bei straßenfesten oder in schwimmbädern immer wieder zu sexuellen übergriffen auf frauen und mädchen diese übergriffe werden in größeren gruppen begangen und das ist neu einheimische männer tun das in der regel nicht wie sollen politik und gesellschaft mit solchen zuwanderern umgehen antwort man muss sie unter kontrolle bekommen wenn die qualität der integrationskurse schlecht ist muss man sie verbessern wenn die leute nicht zum integrationskurs gehen muss man das sanktionieren straffällig gewordene zuwanderer ohne bleibeperspektive müssen ohne langes zögern in ihre herkunftsländer zurückgeführt werden falls es zu weiteren fällen kommt wie dem der getöteten 14 jährigen aus mainz verdirbt das die stimmung für alle anderen migranten es reichen wenige um den ruf einer ganzen gruppe zu ruinieren ja das ist alles sehr nachvollziehbar und es ist eher erstaunlich dass man um diese tatsachen die vollkommen offen auf der hand liegen nun ständig derartig kämpfen muss und ständig derartig in deckung gehen muss vor irgendeinem rassismus vorwurf insbesondere dann wenn diese art von kritik von intellektuellen menschen kommt und menschen die intelligent sind und weil diese menschen intelligent sind bashen die nicht einfach nur so wie es ihnen oft vorgeworfen wird sondern identifizieren letztendlich auch das problem und wie damit umgegangen werden muss es ist immer ein problem wenn man gesamtverhaftungen vornimmt weil man ja damit die gegen kräfte innerhalb einer problematischen strömung hinter geht und im stich lässt da gibt es tausend beispiele dafür man kann ja man kann einfach nicht eine gesamtverhaftung von israel vornehmen nur deswegen weil man die likud partei nicht mag ja ich mag die likud partei auch nicht aber deswegen kann ich nicht an israel bashing betreiben weil zum beispiel eine stadt wie tel aviv eine richtige hochburg eines eines eher links liberalen geistes ist und eine echte opposition zu jerusalem darstellt und solche leute werden da somit verhaftet von unserem bashing wenn wir ein solches betrieben oder betreiben würden also da hilft man denen so gar nichts also man muss natürlich differenzierter sein und man muss natürlich unterscheiden selbiges und ich meine für mich das stärkste beispiel das uns alle hier betrifft ist einfach dieses aberwitzige sachsen bashing und das kommt ja meistens von leuten die scheinbar noch nie in dresden waren weil wenn man jetzt bei dresden ein viertel nimmt wie die äußere also das äußere neustadt die äußere neustadt ist einfach die links links das das links autonomste viertel von ganz deutschland also das lässt alle wessis wie mitglieder der sa erscheinen so ungefähr also wenn man jemals da gewesen ist und die atmosphäre von diesem viertel kennengelernt hat dann kann man nicht einfach nach hause gehen und einfach so ein sachsen bashing so die sind alle nazis und die haben irgendwie so ein gehen oder irgendwie vielleicht sollte man da eine mauer drumherum hochziehen alles schon in den sozialen medien so gelesen also das ist immer das problem wenn man allgemein verhaftungen betreibt oder bashing und für den islam gilt es natürlich genauso es gibt wahrscheinlich genügend kräfte innerhalb des islams die sehr lediglich kulturorientiert sind und die alles andere eigentlich ablehnen aber auch solche leute können irgendwann in die defensive gehen wenn sie das gefühl haben dass sie gesamt verhaftet werden oder sie in einen topf mit irgendwelchen spinnen geworfen werden weil sie sich dann langsam die frage stellen ja was stimmt eigentlich mit den kritikern nicht ja wo liegt deren denkfehler dass sie mich ständig angreifen obwohl ich denn nie was getan habe und das ist grundsätzlich ein problem wenn man eben die nuancen komplett aufgibt nuancenmangel ist ein riesiges problem der gegenwärtigen debatte ja da sind wir wieder bei dem roland benedikter artikel ich gestern teilweise vorgelesen habe das sind ja einfach zwei das sind einfach zwei mangelhafte methoden die da aufeinander prallen aus dem rechten lager sozusagen dieses populistische alles verhaftende alles vereinfachende getue und von der linken seite kommt halt natürlich diese naja dieses dieses tone policing diese übertriebene politische korrektheit die sozusagen versucht jede debatte die irgendwie bisschen kontrovers sein könnte sofort im keim zu ersticken und beides wird dann halt von zwei seiten in die sozialen medien gegossen und was da unten rauskommt ist halt der ganze polarisierte müll den wir im augenblick haben also wir müssen natürlich abstand vom islam bashing nehmen weil es kontraproduktiv ist aber wir müssen auch endlich beginnen uns zu den vorhandenen problemen offen zu bekennen ja also das sind zwei verschiedene sachen und wenn wir das nämlich nicht tun dann bleibt das als kernthema einfach bei den ultra rechten liegen und die ultra rechten die werden damit super gut fahren weil das ist ein riesen geschenk an dieser welt dass wir teilweise nicht bereit sind über solche sachen zu reden weil wir das gefühl haben ich weiß nicht begebe mich da jetzt auf irgendeine art von glatteis und ich schweige lieber ja das ist es schafft natürlich ein debatten ein diskussions vakuum das wird immer sofort von rechts ausgefüllt und ich bin durchaus der meinung dass eine kultur sich verteidigen soll wenn sie unter irgendeiner art von einfluss steht mit dem im grunde die breite masse nicht einverstanden ist und aber da spricht natürlich der platoniker in mir federführend einer solchen verteidigung müssen die jenigen innerhalb einer gesellschaft seien die sozusagen sozusagen das höchste intellektuelle ansehen haben und nicht umgekehrt es kann nicht sein dass diejenigen die das höchste intellektuelle ansehen besitzen am meistens schweigen und sich alles aus allem raushalten weil sie einfach nicht dickhäutig genug sind um sich dem shitstorm zu stellen und deswegen die debatte von jenen geführt wird die normalerweise unter anderen umständen kaum einer unterhaltung im zimmer folgen können ja also das ist ein riesenproblem deswegen ich fand es ja auch nicht wirklich fair wie da teilweise auf peters lotterdijk eingedroschen wurde nur weil er es gewagt hat irgendetwas darüber zu sagen dass grenzen vielleicht keine so schlechte idee sind es ist ein diskussionspunkt es ist kein aufruf dazu irgendwie irgendwelche shitstorms auszulösen und ich meine das hat ja scheinbar auch funktioniert denn ich habe seit dem seit dem interview in Cicero von peters lotterdijk in der öffentlichkeit nichts mehr gesehen das heißt also die deutschen intellektuellen gehen dann halt lieber in den bunker vergraben sich dort und denken sich ich warte bis der ganze irrsinn vorüber ist weil das tue ich mir nicht an da ist da läuft ja dann irgendwas schief und dass da irgendwas schief läuft kann man dann an irgendwelchen wahlergebnissen dann sehen zum abschluss noch weil das habe ich dann zuletzt zu dem thema gelesen da ist ein artikel gewesen in der FAZ die natürlich einen extrem interessanten typ betrifft nämlich den hamed abdel samad ein berühmter politik wissenschaftler und das hat ja auch viel zu tun mit dieser konferenz an der goethe-uni über die ich gesprochen hatte ich lese da mal ein paar absätze da wird das bisschen deutlicher damit hamad abdel samad frei sprechen kann stehen sechs personenschützer vor dem konferenzraum des exzellenzclusters normative ordnungen an der goethe-uni der ägyptische deutsche politikwissenschaftler ist muslim und kritisiert den islam der islam will von der deutschen aufklärung profitieren weigert sich aber teil dieses prozesses zu werden auch wollen religiös politische gruppen kritiker mundtot machen und somit ihren einfluss auf die politik ausbauen abdel samad ist überzeugt dass sich immer weniger deutsche trauen kritisches über den islam zu sagen weil sie sofort den vorwurf bekommen rassistisch zu sein solche aussagen provozieren doch wo wenn nicht an der universität soll er kontrovers diskutiert werden fragt er abdel samad ist nicht allein wer sich kritisch zum islam positioniert zieht sich in deutschland bedrohungen ausgesetzt ein frankfurter beispiel aus jüngster zeit zehn menschen gehören zur initiative säkularer islam in einer gruppe aus wissenschaftlern und publizisten die über den islam diskutieren will und ein totalitäres verständnis von religion ablehnt vier davon müssen inzwischen von personenschützern bewacht werden weil sie auf der abschlussliste von irgendwelchen radikalen stehen sagt susanne schröter die professorin der goethe-universität und direktorin des frankfurter forschungszentrum globaler islam will die kritische auseinandersetzung mit der religion vorantreiben auch darum hat sie zur konferenz säkularer islam und islamismuskritik eingeladen auf der auch abdel samad und muhanat korchide professor für islamische theologie münster sprechen vielleicht noch ein absatz hier unten vor allem deutschland fällt das auf fruchtbaren boden wie susanne schröter sagt es entwickelt sich eine identitäre islamismus in deutschland der muslime als besondere gruppe sieht die sonderrechte haben und das religiös begründet wie die rechtsradikale identitäre szene haben sie eine große anziehungskraft auf jugendliche das ist auch deshalb problematisch weil sich die verbände nicht genügend abgrenzen sagt die direktorin des forschungszentrums und letzter absatz noch politik und wissenschaft hielten angesichts der anfeindungen die islamkritiker erdulden müssen die füße still die wollen keine partner in saudi arabien verärgern sagt abdel samad diese politik ist fatal ergänzt schröter es gebe eine appeasement haltung gegenüber regimen wie dem in iran katar und saudi arabien geld aus die extremismus töpfen fließe an fragwürdige organisationen und junge syrer und afghaner die nach deutschland kommen sollen als integrationsmaßnahme in eine moschee gemeinde gehen erzählt schröter dabei sind die froh aus dem einflussbereich des islam herausgekommen zu sein ja das ist ja super bitter weil man ja normalerweise denken würde dass wir in einer zivilisation leben die insofern von den früchten der aufklärung zehrt als dass keine religion über jeden verdachte haben ist und diese diskussion immer zulässig sein müsste die andere sache die mir dabei immer durch den kopf geht ist dass die argumente derjenigen die sich da in der defensive fühlen müssen ja derartig schwach sein wenn deren wichtigster hebel immer darin besteht die debatte zu unterbinden die debatte zu verbieten das ist ja immer sehr verdächtig und das ist etwas was man ja teilweise auch im linken spektrum in letzter Zeit immer wieder sieht auch in den usa also ich finde ich bin gegen diese ganzen verbotsversuche von konferenzen und in hier in diesem fall ist es ja auch vollkommen absurd denn eine 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 konferenz zum thema kopftuch ist einfach keine reaktion reaktionäre angelegenheit die irgendwelche rechten zusammenbringt damit sie halt auf die pauke hauen können und und sich über den islam echauffieren es ist vollkommen aber witzig dass wir in einer zeit leben wo wir uns entscheiden müssen ob wir so tun als ob der islam super harmlos ist oder ob wir uns zu fakten bekennen die jeden tag vor uns auf dem tisch liegen ja und wäre das hier eben das 15 jahrhundert dann wäre es angemessen eine solche diskussion über das christendom zu haben aber das ist jetzt eben gerade jetzt der islam es hätte auch der hinduismus sein können oder eines tages irgendeine komische variante des der sikh religion oder oder des buddhismus oder was auch immer aber gegenwärtig in dem gefüge der zivilisationen ist einfach islam mit seinem frauenbild mit seinem jihad mit seinem salafismus mit seiner rückwärtsgewandtheit ist einfach ein riesen problem und hinter all dem stecken sehr klassische themen mit denen wir einfach immer wieder in clinch kommen müssen nämlich chauvinismus also wir müssen ja eher versuchen zu identifizieren wann bestimmte gruppen der meinung sind dass sie etwas besseres als andere gruppen sind und das ist das eigentliche schmerzthema naja ich gehe mir jetzt mal einen kaffee machen aber natürlich interessiert mich was ihr so darüber denkt ich habe ja ich ich bin ja kein anti islamist wer meine schallplattensammlung kennen würde würde wissen dass da einfach viel zu viele musiker aus dem muslimischen oder islamischen kultur oder sprachraum dabei sind als dass ich sozusagen für mich in anspruch nehmen könnte da eine gesamtverhaftung dieser kultur vorzunehmen im gegenteil ich finde ja tausende sachen an der arabischen kultur faszinierend aber deswegen will ich keinen so schwarzen brandfleck auf meiner gehirnrinde haben wo ich dinge die einfach eine realität sind komplett ausblende und es ist ein riesen problem wenn man sich beim beim stammtisch beim bier über die araber aufregt und sich echauffiert dass die immer noch per steinigung in einem stadion hinrichten und leute köpfen und alles mögliche tun einen den journalisten in einer botschaft in stücke zu hacken und in koffern aus dem aus der lande transportieren aber dann am nächsten montag fährt man halt an der tankstelle und guckt halt so ob der preis unter 1 40 ist ja und mit anderen worten es ist schwierig wenn wir uns echauffieren wollen während es uns vollkommen unmöglich erscheint einfach mal unsere zunge aus dem hintern der saudis heraus zu bekommen und das ist natürlich das grundsätzliche thema das damit zusammenhängt manchmal wird uns gar nicht bewusst wie sehr wir eine radikale energiewende brauchen allein um aus dieser dieser petroleumknechtschaft heraus zu kommen weil wir ansonsten nicht wirklich klar denken können das ist zumindest mein eindruck aber das nur am rande bis zum nächsten mal